Moin, 5.12 Uhr, die Nachrichten. Schwerin, wenn Gutachter begutachten und ihre Analyse und eine Botschaft an den beratenden, beauftragten packen, kommt heraus, was alle längst wissen. Zum Beispiel der offensichtliche Niedergang des Schleswig-Holstein-Hauses. Na, gute Nacht, Schwerin. Schwerin, guten Morgen. Die SSC-Volleyballerinnen haben schon wieder gewonnen, das siebente Mal in Folge. Vielleicht sollten die mal im Schleswig-Holstein ausspielen. Schwerin, Herr Rossmann will an der Güstrower Straße schleckern. Nächstes Jahr soll der Bau beginnen. So, das war's für heute. Auf Wiedersehen. Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann lesen Sie doch selbst. Sonst. 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 Sonst.